Hallo, ihr wundervollen Isolierten. Wir sind weiterhin von der Hoffnung beseelt, dass es euch den Umständen entsprechend gut geht und ihr gut durch den Tag kommt und vor allem durch Ostern kommt. Der Karfreitag ist fast überstanden und um ihn euch ein bisschen zu versüßen und vielleicht auch die Langeweile zu vertreiben, sprechen wir heute mit einem sehr umtriebigen Zwei-Sterne-Koch, einem Hansdampf in allen Gassen. Die meisten von euch werden ihn kennen. Man kennt ihn nicht nur aus dem Fernsehen, natürlich auch aus seinem Restaurant, aus seinen zahlreichen Restaurants. Ich begrüße ganz herzlich Tim Rauhe und werde ihn kurz dazu holen. Da ist er auch schon. Das klappt hervorragend. Hallo. Hi, schönen guten Abend. Gut, habs aus. Die Sonne scheint gerade, also geht gerade in Berlin unter und scheint rein ins erweiterte Wohnzimmer. Da geht das ganz gut. Sehr gut. Wie geht es dir? Wie geht es deinem Team? Wie kommt ihr durch die Krise? Also ich müsste jetzt ganz weit ausholen. Ihr macht das ruhig. Bei uns war es halt so, oder bei mir, ich war am 25. Dezember in Hongkong. Bin dort umgestiegen von einem der Kreuzfahrtschiff-Restaurants, um Pop-Up-Restaurants auf den Malediven zu machen und habe mich mit Freunden in Hongkong getroffen, wo es halt darum ging, zu klären, wie ist das so bei euch im Moment. Die haben damals ja die Studentenproteste gehabt und meinten die schon zu uns, ja, die Proteste sind scheiße, aber da kommt was aus Mainland China. Wir wissen noch nicht so genau, was. Es geht so Richtung SARS, also dann Hubei, Wuhan, da kommt irgendwas auf uns zu. Dann habe ich gedacht, naja, ist doof, aber SARS ist auch in Asien geblieben. Also ich habe das nicht so richtig ernst genommen. Ja. Dann sind wir auf die Malediven geflogen, haben dort zwei Wochen wunderbar gearbeitet und gekocht. Auf dem Rückflug war es dann schon so, dass ich gehört habe, ui, das wird schwierig. Da kommt wirklich mehr, das wird wahrscheinlich eine Epidemie. Und obwohl mir dann klar geworden ist, dass uns das beeinflussen wird, habe ich trotzdem nicht geglaubt, dass es so schwer und so schlimm wird, aus menschlicher Sicht, aber natürlich auch dann tatsächlich aus wirtschaftlicher. Und wo es dann tatsächlich losgegangen ist, war es bei uns halt von Anfang an so, dass wir gesagt haben, solange die Behörden uns die Möglichkeit geben zu arbeiten, zu kochen, ist es für uns absolut klar, dass wir das machen, weil wir als Gastronomie und als Restaurateur und als Köche und Kellner die Idee ja schon immer haben, einen sozialen Beruf zu haben. Das heißt, wir machen etwas für andere. Und auch wenn es nicht überlebensnotwendig ist, also es ist Essen ja schon, aber auf unserem Niveau jetzt nicht. Da geht es eher um den kulturellen und Genuss, ist das unser Job. Und dann ging es natürlich um die Frage, was machen wir? Und wir haben uns schon sehr früh klargemacht, dass wir Alternativen im Kopf haben wollten. Also ihr wolltet euch auch erst mal nur auf Mittags-Service konzentrieren, oder wie? Naja, das mit dem Konzentrieren war ja dann schnell vorbei. Ja eben. Wir haben sofort darüber gesprochen, was können wir überhaupt mit dem Restaurant machen? Was können wir leisten? Welche Einschränkungen stehen zur Frage? Das war klar, sie werden uns einschränken. Sind wir überhaupt in der Lage, nur 50 Leute im Restaurant zu sein? Dann musst du das ja juristisch abklären. Sind mit 50 Personen 50 Gäste gemeint? Oder Gäste plus Service? Ist die Küche ein abgeschlossener Raum, wenn der eigentlich offen zum Gastraum ist? Das sind ja relativ viele Faktoren. Und das Allerwichtigste natürlich sofort, wie liquide sind wir? Und das war einer der ersten Schritte, die wir gemacht haben, tatsächlich sofort bei der Bank anzurufen und zu sagen, so, wie sieht es denn aus? Und dann hieß es, gar kein Problem, was brauchen Sie? Und dann haben wir gesagt, Sie kennen unsere Liquidität, wir möchten einfach sechs Monate auf der hohen Kante haben. Und dann hieß es, gar kein Thema, kriegt ihr. Und Marie, meine Geschäftspartnerin, hat sich dann sofort in das Thema reingearbeitet und hat gesagt, komm, wir gucken mal, dass wir da ganz weit vorne sind, dass wenn das eine Relevanz hat, dass das realisiert wird. Und dann haben wir schon eine Woche später gemerkt, dass es schwieriger wird bei den Banken, von den Behörden. Wir haben natürlich auch den einen oder anderen Politiker zu Gast gehabt, der dann schon gesagt hat, Also es werden auch auf uns tatsächlich Maßnahmen zukommen, die wir jetzt nur zum Beispiel in Österreich schon sehen. Und da haben wir dann schnell so ab März einen Blick auf Österreich gehabt, was kommt da auf uns zu, wie reagieren die und was könnte das für uns bedeuten? Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen, damit wir überhaupt verstehen, wie aktiv du bist und wo du aktiv bist. Also du hast natürlich dein Hauptrestaurant. Was gibt es sonst noch an Outlets, die du betreibst oder wo du involviert bist? Naja, das Restaurant Tim Rauhe betreibe ich zusammen mit Marie Rauhe, die auch dort die geschäftsführende Gesellschafterin ist. Und ich habe dann noch mit der Rauhe Consulting neun weitere Restaurants im Endeffekt auf vier Konzepten basierend. Und wir haben halt in der Schweiz The Cay in St. Moritz, was wir zum Beispiel auch vier Wochen vor dem Service, eigentlich Saisonserviceende dann zugemacht haben. Wir haben die Hanami bei Tim Rauhe auf den vier Kreuzfahrtschiffen. Die haben relativ lange durchgehalten, bis dann tatsächlich weltweit die Häfen zugemacht haben und überall die Schiffe geleert werden mussten und alles zurückgeflogen wurde. Das ist auf Mai Schiff, richtig? Genau, auf der TUI Mai Schiff. Dann haben wir die drei Colettes, die als eigenständige GmbH fungieren, die aber in den Tertialum-Senioren-Residenzen sind. Und da ist die Schwierigkeit, dass die Colettes und die Residenzen aus der gleichen Küche arbeiten. Das ist ansonsten hervorragend. Das ist ein Kosten- und Nutzenfaktor definiert. Und da ist es halt definitiv so, dass die von heute auf morgen vom Gesundheitsamt einfach geschlossen wurden. Und es hieß so, da haben wir ganz besondere Hygieneauflagen. Und da mussten wir relativ flott dann von heute auf morgen zumachen. Das heißt, ihr bekocht auch gar nicht mehr die Residenzen? Doch. Also es ist tatsächlich so, dass in den Colettes, natürlich die Bewohner dort, kriegen immer noch Essen, sind mittlerweile in ihren Wohnungen oder im Pflegebereich, in ihren Unterkünften tatsächlich in Quarantäne. Also die kommen aus dem Zimmer nicht mehr raus und kriegen das Essen angereicht. Und die Mitarbeiter müssen halt jeden Tag tatsächlich aller, aller härteste Hygiene-Vorschriften befolgen. Todesfälle gab es doch hoffentlich noch nicht. Nein. Also keine Corona-Fälle oder durch Corona gebastelt. Und dann haben wir noch die Villa Kellermann in Potsdam. Das neueste Projekt, oder? Ja, und da war es halt so, das lief echt extrem gut, weil auch Brandenburg und Potsdam eher am letzten betroffen war. Und die Schwierigkeit war dann tatsächlich, dass ich in kürzester Zeit, also binnen fünf, sechs Tagen, alle neun anderen Restaurantkonzepte schließen musste und auch im Endeffekt abwickeln musste. Also das heißt, auf den Schiffen ist das nicht ganz so wild, weil da kümmert sich TUI drum. Im Kulm-Hotel mussten wir das selber machen. Hatten dann zwei unserer Mitarbeiter vor Ort, die festgestellt haben, dass in St. Moritz Mitarbeiter Quarantäne hatten, dass sie sich im gleichen Restaurant aufgehalten haben. Das heißt, die sind zurückgekommen, mussten sofort in häusliche Quarantäne, was für uns auch ganz wichtig war. Wir sind da sehr, sehr sensibel gewesen, weil uns auch sofort klar war, wenn wir jetzt das Restaurant weiterlaufen lassen möchten, müssen wir natürlich gucken, dass keiner von uns Covid-19 hat, weil ansonsten alle in Quarantäne müssen und die Butze zu ist. Du hast vorhin davon berichtet, dass ihr erstmal geschaut habt, dass ihr ausreichend Liquidität für die nächsten sechs Monate habt. Das gilt für all deine Outlets. Da habt ihr euch so aufgestellt. Ja, das muss ich wirklich, das ist peu à peu im Endeffekt. Das kann ich so nicht sagen, weil ich mit den neun anderen Restaurants tatsächlich unterschiedliche Geschäftspartner habe, mit denen ich mich dann einzeln auch abstimmen musste. Und da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, wie man mit den Mitarbeitern umgehen kann, wie man das handeln kann. Wir haben in den deutschen Betrieben überall Kurzarbeit in der Schweiz, wie gesagt, auch aufgrund der Saison geschlossen. Auf den Schiffen wird das alles von Sea-Chefs gehandelt und von TUI. Da bin ich jetzt nicht in die Daily Operation involviert. Also das heißt, da mache ich keine Einstellungen, sondern da bin ich im Endeffekt so einen halben Schritt raus aus der Administration. Aber das Wichtigste, das Herzstück von allem ist natürlich das Restaurant Timraue. Und da habe ich mit Marie einen Tag zusammengesessen, um darüber zu sprechen, was sind das für Gedanken, die wir haben, welche Möglichkeiten haben wir. Wir haben uns dann relativ flott zum Beispiel auch damit auseinandergesetzt, was ist, wenn wir komplett schließen, was bedeutet das? Dass alle Mitarbeiter auf Kurzarbeit gehen, ja, das funktioniert. Bedeutet aber auch, wenn du, und das vergessen ganz viele, wenn du Kurzarbeit in Anspruch nimmst, dass du tatsächlich, wenn du wieder aufmachst, also wenn die Krise zu Ende ist und wir in die Operation oder in das Operative zurückgehen, dass du diese Mitarbeiter, wenn du sie kündigst, dann tatsächlich dem Staat das Kurzarbeitsgeld zurückzahlen musst und den Mitarbeitern den 40-prozentigen Gap. Kurzarbeitsgeld ist dafür wirklich gedacht, um jetzt temporär den Mitarbeiter zu Hause stillzulegen, die Kosten zu reduzieren. Und wir können davon ausgehen, wenn wir wieder aufmachen, dass wir natürlich, also wir auf jeden Fall im Hauptrestaurant nicht, nicht annähernd das Business haben wie davor, weil wir leben von den Gästen mindestens zu sehr. Die reisen, international, ja. Die reisen. Und auch da wieder gucken wir nach Österreich, sehen wir, dass Kanzler Kurz gesagt hat, also reisen, ohne dass man eine Dokumentation hat, dass man negativ ist oder immun ist, das könnt ihr erst mal knicken. Und das bedeutet für uns, dass wir jetzt nicht nur den April und den Mai sehen, sondern auch noch den Juni, Juli und August wahrscheinlich abschreiben müssen in der Höhe. Und das Erste, was auch Marie gesagt hat, ist, wenn man in dem Moment jetzt, wo wir die letzten Jahre so auch um unsere Mitarbeiter gekämpft haben, wir wissen ja alle in der Gastronomie, wie hart es war, tatsächlich Mitarbeiter zu rekrutieren. Wenn wir die jetzt haben, dann geht es auch darum, solidarisch zu sein. Und das war dann das größte Problem mit der Bank, nämlich zu definieren, wir wollen Kredit, aber wir wollen keinen Investitionskredit für eine neue Küche, um den Weinkeller auszubauen, um Stühle oder Tische zu kaufen, sondern tatsächlich, um unsere Kosten zu covern und unseren Mitarbeitern zu diesen 60 Prozent Kurzarbeitszeit noch ein Gap zu zahlen, sei es 10, 20 Prozent obendrauf. Weil 60 Prozent von dem, was wir zahlen, da sind wir tatsächlich am Existenzminimum, am Armutsminimum in Deutschland. Das sind 1200 Euro brutto. Davon kann nahezu niemand leben. Vielleicht einen Monat irgendwie sich durchschleudern, aber mehr nicht. Zumal sich die Mieten ja nicht reduzieren. Stichwort Miete. Konntest du mit deinen Vermietern irgendwelche Dealstundungen oder sowas aushandeln, weil das ja essentiell ist für ganz viele Restaurants? Ehrlicherweise ist das ein Thema für nächste Woche, weil das Erste, was dann wie gesagt kam, war, wie werden wir jetzt weiterarbeiten? Und wir haben dann in Berlin die behördliche Änderung gehabt, dass es darum ging, erst mal, wir durftet es dann mittags aufmachen. Das war klar, dass das nur ein temporärer Faktor ist. War ja auch nur eine Woche. Das haben wir versucht. Wir hatten da schon natürlich einen brutalen Umsatzeinbruch von so ca. 60 Prozent. Aber es sind noch Gäste gekommen. Und die, die gekommen sind, den hat man auch angemerkt, dass ihnen bewusst ist, dass sie da etwas genießen, was noch hinhaut. Wir haben dann natürlich auch den, auch da haben wir Glück, dass wir unterschiedliche Platzverhältnisse im Restaurant haben. Also das heißt, wir können auf drei Ebenen insgesamt mit diesem 1,50 Meter Abstand immer noch 40 bis 45 Gäste bearbeiten. Und dass das hinhaut. Und dann war auch klar, es muss irgendwie weitergehen. Und wir haben dann natürlich um uns herum schon gesehen, wo die Reise hinging. Wir haben sehr schnell in Berlin, was ich ganz großartig finde, einen Zusammenschluss der Gastronomen gehabt. Da gab es so die Grundeinstellungen von der Gemeinschaft, die vom Horvath, Billy Wagner, dem Ernst getragen ist. Die haben das so ein bisschen ausgebreitet über Toulouse-Lautrec. Wir sind dann auch dazu gekommen. Und das ist dann in kürzester Zeit auf knapp 70 Restaurants gewachsen. Da sind, glaube ich, alle Besterntinnen mit dabei, aber auch die, die im Goumio da noch ordentlich bewertet sind. Also dass man sich auf einem Level irgendwie unterhalten kann, was macht ihr. Und da gab es die Ersten, die sofort angefangen haben, wir machen jetzt Takeaway. Und das haben wir uns natürlich auch angeguckt, hatten aber sehr schnell eine eigene Idee. Und glücklicherweise habe ich vor zwei Jahren eine Möglichkeit gehabt, ein, wie soll ich das sagen, ein veganes Essen, das verschickt wird als Konzept zu machen mit Pure Delight in München. Da hatten wir in der Projektarbeit schon so ein bisschen verstanden, was funktioniert und was funktioniert nicht. Also das normale Lieferkonzept ist ja, du hast eine große Plattform, da stellst du dein Restaurant drauf, dann machst du Cory-Cory, es ruft jemand an über die Plattform oder gibt es einen und sagt, ich hätte gerne eine Pizza, zweimal Schafskäsesaat und eine Coke und yala. Und da war uns klar, das wollen wir nicht. Zum einen, weil die Plattform 30 Prozent kostet, weil wir nicht in der Scheiße sein wollen und dann in der Küche stehen wollen und so ein bisschen mit dem Finger am Hintern kratzen und darauf warten, dass einer anruft. Und was wir halt vor allen Dingen begriffen haben, ist, wenn du die Dinge kochst, durchkühlst, hast du eine viel längere Kühlkette, wenn du dann am nächsten Tag anrichtest. Und daraus ist dann die Idee entstanden, tatsächlich, wir machen einen Liefer-Service. Wir sind dann sofort losmarschiert, sind in die Metro rein und haben erstmal geguckt, was gibt es überhaupt für Take-Away-Boxen. Da hast du ja beste Kontakte zu Metro. In dem Fall wirklich, also ich muss ganz, also am Anfang war das halb so wild, weil wir dann was gefunden haben. Mittlerweile ist das eminent wichtig, weil wir den kompletten Bedarf an diesen recycelbaren Dingern aufgekauft haben. Wir haben jetzt, glaube ich, schon 15.000 Stück, die wir auch brauchen an Verpackungen. Wir haben allein heute 1.100 Gerichte geschickt. Morgen wird es auch so viel. What? Ja, Ostern. Wir haben, wir haben dann halt... Vielleicht bleibst du ja dabei später und machst den Laden gar nicht mehr auf. Nein, 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 bitte nicht. Also bei aller Liebe, so gut wie das funktioniert, aber es ist natürlich ehrlicherweise, wenn wir sehen, welche Arbeit wir da jetzt reinstecken für den Umsatz, den wir machen, dann ist das das Doppelte oder Dreifache. Und vor allen Dingen ist es ein Gehirnfick. Ich weiß nicht, ob man das sieht mit der Sonne. Also Farbe habe ich nicht mehr in den Haaren. Ich habe in den letzten zwei Wochen die letzten Partikel braun verloren, das ist nur noch grau. Aber immerhin hast du noch Haare, das ist ja wertvoll. Noch, noch, mal gucken, wie lang der Spaß braucht. Ich muss mal ganz kurz umstellen, die Sonne wandert hier gerade. Ja. Okay. Tim, du musst es aber trotzdem mal benennen. Du hast das jetzt alles wunderbar beschrieben, aber es heißt, euer Lieferservice. Ach so, wir haben mit dem, mit der Raue Consulting, also der Firma, die die neun anderen Restaurants gebastelt, haben wir natürlich immer Konzepte und Projekte im Hinterkopf. Auch wenn ich kein Interesse daran habe, noch Restaurants zu öffnen. Aber eins davon war, das ich mit meiner Frau kreiert habe, war Fucking Great. Also die Verweihornung im Endeffekt, also Fucking Great. Im Chinesischen dann Fucking Great. Eigentlich auch gar nicht als Great. Absolut, Marco schreibt geiler Namen, da hat er vollkommen recht. Bitte was? Ich muss ab und zu mal Comments einbauen. Marco schreibt geiler Namen, da hat er recht mit. Jetzt wieder du. Eigentlich kommt hinten sogar noch die Acht dran, also diese chinesische Raktion bei Acht. Uns war aber klar, dass wir uns jetzt an Klientel richten, was vielleicht noch nicht ganz so online-affin ist und das sofort begreift. Und Marie und ich haben dann darüber gesprochen, ob wir das im Endeffekt aus der anderen Firma adaptieren, rübernehmen. Und dann hat sie zusammen mit Katharina, mit meiner Frau, binnen einer Woche die Website gebaut, gestaltet, die Inhalte gebastelt. Und vor allen Dingen brauchten wir erstmal einen Anbieter und haben mit Smart Guest das Verfahren genommen, mit dem wir schon unsere Gutscheine verkauft haben. Also das heißt, da liegst du auf die Website und dann siehst du halt Gutschein für 50 Euro, 100, 200, 250, klickst drauf, kriegst es zusammen, kannst es bezahlen. Wir kennen die Leute, das muss auch relativ einfach, also ich natürlich, technisch eine Sechstra, das geht doch einfach, da könnt ihr einfach die Vorspeisen machen. Der bürokratische Aufwand eines solchen Lieferdienstes, um das zu verstehen, also wir haben heute morgen zum Beispiel natürlich Mies am Glas fertig gekocht gehabt, gestern, hatten unsere Bestellliste, bauen dann immer unsere 100% kompostierbaren, aus 99% nachhaltigen Ressourcen, recycelten Dingern, gebauten Dinger auf. Um sich da nicht angreifbar zu machen, einfach auch. Nein, weil wir die Welt verbessern, nein, weil wir natürlich schon Bewusstsein haben, dass das funktioniert und richten dann an, das dauert so um die zweieinhalb Stunden, bis das alles fertig ist, dann packen wir das in Kisten und der Service und die ganze Administration sitzt heute zum Beispiel, bis 17 Uhr kann man bestellen, bis 22 Uhr, also fünf Stunden daran, den ganzen Mist auszudrucken, auf Tüten schon anzutackern, zu gucken, wie viel Essen ist bestellt, wie viele Tüten braucht man dafür, weil vier Boxen gehen in eine Tüte, dann hast du neun Boxen, brauchst du drei Tüten und dann hat Marie sich eine App runtergeladen mit Routen, das heißt, dass wir den Lieferdienst selber machen können. Wir hatten natürlich die Idee, nimmt man so tolle E-Bikes, sieht super cool aus, funktioniert für uns nicht, weil die Gäste zu weit weg wohnen. Wir haben jetzt mit Rilla und Schnauk, einem großen Autohaus in Berlin, eine Kooperation, haben vier Karren gekriegt, wo hinten schön Platz ist, weil die Privatwagen haben halt nur so vier Thermoboxen reingepasst, jetzt passt die anders rein und dann fahren, also wir müssen bis 11.30 Uhr alles angerichtet und gepackt haben und dann fahren die Service-Mitarbeiter von 12 bis 16 Uhr in mehreren Schichten das Essen aus und weil mir das alles nicht gereicht hat in der ersten Woche und ich gesehen habe, dass die Umsätze so niedrig sind, habe ich überlegt, was geht noch, was kann man noch machen, also mit dem Bürobelieferung kannst du knicken, wer braucht noch Essen, da kommen wir vielleicht später dazu, aber ich glaube, du hast eh schon mit Ilona und Max Strohr gesprochen vom Toulouse-Lotreuk über Kochen für Helden, ist das was für uns? Da haben wir uns dagegen entschieden und haben gesagt, wir unterstützen das am Anfang logistisch und machen da ein paar Sachen, aber wir wollen tatsächlich, wir wollen arbeiten, weil, nicht weil wir reich werden wollen. Gut, das machen wir auch, anders. Ja, aber die tun wirklich was für andere, was großartig ist, wir haben gesagt, wir wollen Geld verdienen, um unseren Mitarbeitern im besten Fall 80 bis 100 Prozent ihres Gehaltes zahlen zu können, das ist unser Anspruch und im April wird es auf jeden Fall funktionieren und dann habe ich dran einfach überlegt, was gibt es noch für Möglichkeiten und die Berliner Morgenpost, eine der größten Tageszeitungen in Berlin, die haben das sogenannte Berliner Morgenpostmenü, das ist ein Restaurant, gutes... Jeden Monat was anderes, oder? Bitte? Ist es nicht jeden Monat ein anderes Restaurant oder sowas? Genau, es sind nochmal fünf Gänge mit fünf Weinen und dann wirst du halt von 1400 bis 2000 Gästen überrollt, die einmal kommen, im nächsten Monat sind sie woanders. Und dann habe ich gedacht, naja, im Moment haben sie gar nichts, was wäre denn, wenn wir das als Lieferservice mit ihnen machen und glücklicherweise haben sie dann gesagt, das ist eine gute Idee und wir haben das binnen drei Tage wirklich dann auch noch mit der heißen Nadel gestrickt, da auf unserer Landingpage gebaut und so und haben aber da jetzt auch schon ein paar hundert Menüs mit inkludiert und das ist natürlich für den Gesamt-Traffic, den wir haben, also für die gesamte Auslastung dessen, was wir leisten, sehr, sehr gut. Ich habe noch ein paar Fragen zum Verständnis. Findet das alles, Punkt eins, findet das alles bei dir im Restaurant statt? Auch das Anrichten, habt ihr das Restaurant ausgeräumt? Wie kann man sich das vorstellen? Wie sind da die Abläufe? Ich bin kein großer Freund davon, große Änderungen vorzunehmen, also wenn ein Konzept und ein System stimmt. Das heißt, in der Küche sind die Posten immer noch gleich. Wir haben erstmal, das war ja für uns das Allerwichtigste, warum fucking great? Also warum haben wir uns, warum haben wir nicht gesagt, wir liefern vom Restaurant Tim Raue, weil wir uns natürlich klar waren, dass das, was wir im Restaurant machen, können wir nicht in eine Pappschachtel packen und einfach wegschicken und sagen, kocht das zu Hause. Damit machen wir uns unglaubwürdig. Das kann keiner. Das ist so, als würdest du Formel-1-Wagen fahren und ab morgen sagen, ich habe jetzt keinen Formel-1-Wagen, wäre ich neben dem alten Cinquecento und gehe auf die Rennstrecke und fahre mal mit. Das klappt nicht. Und da ist halt wirklich der große Vorteil, dass auch die meisten meiner Köche und Köchin in die anderen Konzepte insolviert sind. Dass wir die Gerichte für alle Buden im Restaurant Tim Raue kreieren. Unser Chef Patissé Moritz ist mit dabei für alle Putzen. Christopher, der in der Villa Kellermann war, war jahrelang bei uns. Christian, Marcel und Leon machen mit mir die anderen Konzepte. Also heißt, sind entweder in St. Moritz, fliegen mit mir auf die Schiffe. Wir kennen alle auch die einfachen Gerichte. Mit einfach meine ich, wir bewegen uns ja in dem Segment zwischen 14 und 16 Gummio-Punkten. Und damit machen wir uns nicht mehr angreifbar, dass wir auf einmal ein Zwei-Sterne-Restaurant zum Liefern machen, sondern wir haben einfach alles in einen Topf geworfen, geguckt, was sind so die most favorite dishes, was finden die Leute lecker, was geht gut und dann jala. Ja, also was können wir im Moment auf den Punkt so konzipieren, dass das mit dem Wareneinsatz hinhaut. Wir können mit anderen nicht konkurrieren, auch aufgrund unserer Kostenstruktur bei den Mitarbeitern. Das heißt, wir können nichts für 12 Euro rausfeiern. Das ist auch Quatsch. Das würden wir nicht machen. Und haben das dann im Endeffekt aufgesetzt. Und haben auch relativ schnell justiert. Es waren natürlich schnell Gerichte dabei, wo wir gemerkt haben, das geht nicht. Wir haben uns auch von anderen, die wirklich großartige Arbeit leisten, Pakete schicken lassen, haben dann gesehen, da ist irgendwie eine Flut von Vakuumbeuteln. Da musst du zwei oder drei Leute den ganzen Tag runterstellen, die sind nur am Vakuumieren. Davon haben wir auch abgesehen, dass wenn du zwei Kilo Essen und 500 Gramm Plastik kriegst, das ist jetzt auch nicht die intelligenteste Nummer. Und haben dann einfach versucht, unseren Weg zu gehen. Auch dieses Konzept mit, wir richten kaltes Essen an, was wir zu dir nach Hause schicken. Und du haust es entweder in die Mikrowelle, für die, die es haben, oder du bist dann ambitioniert und machst es halt im Töpfchen warm. Mit Vorspeisen, die Desserts kannst du direkt futtern. Ich finde auch immer noch, dass es selbst in der Box hübsch aussieht. Das ist was, was für mich halt wichtig ist. Durchaus, ja. Da sind wir sehr, sehr glücklich mit. Das hört sich alles sehr komplex an. Die Gewichte sind es weniger, aber trotzdem sehr gut. Wir hatten auch schon eine Box, hat uns außerordentlich gut gefallen. Lass uns noch mal so ein bisschen auf Berlin zu sprechen kommen. Du hörst dich enorm motiviert an. Ich meine, das bist du eigentlich fast immer, aber jetzt noch mehr als sonst. Vor allen Dingen steht hier der neue Look sehr gut. So ein paar Kilo weniger. Noch weniger. Das ist Instagram. Hier hat jemand gefragt, was mit deiner rechten Augenbraue passiert ist. Gar nichts. Okay. Die ist vielleicht. Die sind beiden da. Die sieht ein bisschen schmal aus. Ansonsten wird... Nee, das ist nur der Winkel. Ansonsten, du musst später mal die Comments durchlesen. Viele Komplimente. Toll, wie du das machst. So kommt man durch die Krise. Naja, aber weißt du, ich glaube, Christian, eine der wichtigsten Dinge ist doch, dass wir uns auch irgendwie definieren. Was sind wir als Menschen? Wofür stehen wir? Und das ist eine Frage, die wir uns natürlich auch gestellt haben. Und wir haben eine Haltung. Marie und ich haben eine Haltung für das Restaurant. Und das ist einfach Kämpfen. Wir haben, wo wir den Laden aufgemacht haben, hatten wir nichts. Wir waren super gut bezahlt als Angestellte und haben etwas gewagt. Und das möchte ich nicht nochmal haben, weil das waren die ersten zwei Jahre, waren wirklich richtig harte Scheiße. Und was die letzten Jahre war, da haben wir wirklich fantastisch davon und damit gelebt. Wir haben unsere Schulden, hätten wir zum Jahresende sehr wahrscheinlich komplett weg gehabt. Also abgezahlt gehabt und hätten uns um unsere Rente kümmern können und das wäre wunderbar gewesen. Und das ist schon ein Schlag. Also ich muss auch sagen, ich hatte zwei Tage, wo mir richtig schwarz vor Augen war, wo ich nicht wusste, macht das alles noch Sinn und wo geht die Reise hin? Und dann musste ich mich auch wieder daran erinnern, wofür ich stehe. Nämlich dann, wenn es wirklich hart kommt, aufzustehen, dagegen zu stehen und etwas zu machen. Ich bin jemand, der reagieren möchte. Ich bin jemand, der agiert, der vorne weg geht. Wenn es wirklich richtig bläst, der sich hinstellt und sagt, bis hier und noch nicht weiter, das ist der Weg. Und vor allen Dingen war natürlich auch die Frage, wie gehen wir mit den Mitarbeitern um? Die sind natürlich auch verunsichert gewesen. Nicht nur, was ihren Arbeitsplatz angeht, sondern auch die Bezahlung. Wie geht das überhaupt weiter? Existiert die Welt? Und so hat man jetzt jeden Tag die Chance, auch mit den Menschen zu sprechen. Dabei habe ich natürlich auch ein schlechtes Gewissen. Weil ich weiß, jedes Mal, wenn ich den Hashtag lese, stay home, weiß ich, wir machen es nicht. Wir fahren jeden Tag zur Arbeit. Wir arbeiten jeden Tag. Ist das legitim? Und das frage ich mich auch. Und ich habe nicht immer ein gutes Gefühl dabei. Aber ich bin halt der Meinung, wir können etwas tun. Und solange uns die Behörden die Möglichkeit lassen, machen wir das. Und ich merke einfach, dass wir einen unglaublichen Zuspruch auch der Gäste haben. Also ich meine jetzt nicht nur in der Quantität, sondern auch in der Kommunikation. Die freuen sich. Fast die Hälfte holt ihr Essen ab, weil sie auch die Chance haben, mal ein paar Takte mit einem zu reden, wieder einen Kontakt zu haben. Sondern da geht es auch darum, dass sie natürlich mit dem Essen die Möglichkeit haben, zu träumen. Und aus dieser Tristesse, die die Quarantäne auch für viel ist, rauszukommen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich kann da nicht mitreden. Also wir werden jetzt am Sonntag den ersten, oder haben wir gehofft, den ersten freien Tag haben. Ansonsten haben wir die ganze Zeit durchgeackert. Und mit dem Ackern meine ich nicht nur Kochen im körperlichen Sinne, sondern auch das Durchdenken. Was kannst du nochmal verbessern? Wie kannst du das noch effizienter machen? Was willst du vakuumieren? Was nicht? Haut es hin? Welches Gästefeedback kommt? Das ist eine komplette Neueröffnung. Und zwar eine, mit der ich nicht wirklich gerechnet habe. Und ehrlicherweise auch... Ja, und die du dir auch nicht gewünscht hast, oder? Na, natürlich nicht. Ja, und wir mussten binnen zwei Wochen halt was wirklich tatsächlich aus dem Boden stampfen. Und das haben wir im ganzen Team, vor allen Dingen natürlich Maria und ich, aber mit dem ganzen Team hervorragend dann jetzt umgesetzt. Es läuft. Ostern ist super. Wir müssen halt gucken, was kommt nach Ostern. Denn eins muss uns allen klar sein. So schnell wird das nicht aufhören. Und wenn wir wieder aufmachen, dann werden vielleicht die lokalen Restaurants, die Konzepte, die tatsächlich an den Ecken sind. Die werden relativ schnell wieder funktionieren. Aber auf dem höchsten Level, das wird wahrscheinlich noch einen Moment dauern. Vor allen Dingen, wo du auch mal vier Stunden mittags oder abends rumsitzt. Aber allerdings, wenn man mich im Vorfeld gefragt hätte, wer denn aktiv wird und wer sich Gedanken macht und neue Konzepte entwickelt, dann wärst du sicherlich einer der ersten Nennungen gewesen. Genauso wie bei Billy Wagner. Und der hat auch noch was Interessantes gesagt, dass die Dankbarkeit der Gäste, wenn du denen das Essen nach Hause bringst, so unfassbar groß ist. Und siehst du das genauso, erlebst du das genauso oder fährst du selber gar nicht aus? Für die, die es nicht wissen, ich habe keinen Führerschein. Also es wäre Vorteil, wenn ich nicht selber ausfahre. Die Straßen sind zwar im Moment leer, aber ehrlicherweise, das lassen wir mal. Okay. Ich bin die ersten Tage ausgefahren, auch deswegen, weil wir mit dem Kochen fertig waren und ich das dann zum Beispiel Journalisten gebracht habe. Wir haben natürlich auch versucht, eine Medienpräsenz zu generieren. Und ich finde, dass wir das auch vor allen Dingen in der Verbindung, Billy Wagner, Max Strohe, Tim Melzer, dass wir das geschafft haben und dass wir zum ersten Mal in einer Krise, wie mich jetzt auch wirklich betrifft, weil 2008, 2009 kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Da warst du zu jung, ja. Bitte? Da warst du zu jung noch. Danke. Danke. Nee, das, warum auch immer, ist an mir vorbeigegangen. Aber wir werden gehört. Wir spielen eine Rolle. Wir spielen eine Rolle in allen, allen Tageszeitungen, allen Magazinen. Und das gibt uns natürlich auch die Möglichkeit, auf uns aufmerksam zu machen. Ich glaube auch, dass das dafür gesorgt hat, dass wir Kurzarbeitsgeld gekriegt haben, was ja für die Gastronomie nicht vorgesehen ist und eigentlich normal auch nicht der Fall ist. Was jetzt halt die Schwierigkeit ist, ist staatlich gesicherte Kredite zu kriegen, um die Liquidität zu halten. Und das wird ganz, ganz wichtig. Und wir müssen uns halt alle klar machen, dass egal, was wir bis heute erreicht haben oder bis vor zwei Wochen, das ist schön, dass wir das haben. Aber wir starten im Endeffekt, wenn wir aufmachen bei Null, nicht was die Auszeichnung angeht, sondern was die Liquidität angeht und die Wertschöpfung. Das heißt, alles, was wir für einen Plan hatten, wann unsere Kredite abgezahlt werden, was wir uns als nächstes kaufen, wo wir investieren, also kaufen ist das falsche Wort, worin wir investieren, können wir alles mal schön beerdigen und wegschieben. Aber lieber beerdigen wir das, als dass wir Menschen beerdigen. Und dann ist ganz klar, dass wir jetzt... Großer Satz, großer Satz. Ja, aber das ist das, was halt entscheidend ist. Und uns muss jetzt klar sein, dass wir jetzt nochmal ein Zeitfenster ranhängen, mit dem wir nicht geplant haben, wo es nur darum geht, die Investition, das, was wir als Kosten jetzt verbrennen, wieder draufzusetzen. Und ich habe zum Beispiel meinen Großvater in der einen Tertianum Seniorenresidenz hier in Berlin und musste mich halt auch vor zweieinhalb Wochen von ihm verabschieden, weil das halt in Quarantäne und weg ist. Und das hat mir zum Beispiel auch so bewusst gemacht, was das bedeutet, also was da auf uns zukommt. Das war nicht mehr so abstrakt, weil du direkt ein Kontaktverbot erlebt hast, oder? Ja, Kontakt auch wirklich im Sinne von einer Sekunde auf die nächste. Eigentlich, das ist jetzt vorbei, der kommt jetzt gerade nochmal runter zum Essen. Dann Tschüss sagen und rauf dürfen sie nicht mehr. Und das war halt was, wo ich sofort gemerkt habe, das ist so ein bisschen wie Tschernobyl damals. Das haben die meisten meiner Mitarbeiter gar nicht erlebt. Ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, keine Milch mehr trinken, nicht mehr spielen, wenn es regnet, keine Pilze essen. Und du hast es nicht gesehen. Also du siehst ja jetzt auch nichts auf den Straßen. Es ist nur Lehre. Es ist nur, wenn du ins Krankenhaus gehst oder dir diese Bilder anguckst, dann betrifft es dich oder du kriegst es mit. Aber das wirklich zu spüren hier in Deutschland ist nicht zu vergleichen mit zum Beispiel in Italien. Meine Freundin in Italien, für die ist das wirklich Realität. Die sind geschockt. Die wissen auch gar nicht mehr. Die machen sich auch gar keinen Gedanken darüber, ob es noch einen Morgen gibt. Die sind froh, wenn sie heute leben. Gleiches mit Spanien. Also heute war ja der erste Tag der Entspannung. Aber das ist ja noch immer eine Riesendiskrepanz zu Deutschland oder auch New York. Vollkatastrophe. Sag mal, du hast eine sehr lesend... Wie bitte? Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, zum Beispiel zu New York. Wir haben einen unserer Jungs, der bei uns die Ausbildung gemacht hat, dann ins Eleven Madison Park gegangen ist. Auch da muss uns halt klar sein, natürlich, wir können uns immer über die Politik beschweren. Wir können uns immer über die Zustände beschweren. Im Eleven Madison Park sind alle Mitarbeiter beurlaubt worden. Das ist schon für amerikanische Verhältnisse groß. Das heißt, sie sind nicht gekündigt worden, sondern der Vertrag ist einfach im Endeffekt ausgesetzt. Dann wird auch niemand mehr bezahlt und dann ist Feierabend. Und wer nicht amerikanischer Staatsbürger ist, der kriegt überhaupt gar keine Hilfeleistung. Der hat nichts. Nada. Null. Niente. Da gibt es kein soziales Netz. Da gibt es gar nichts. Und vor allen Dingen, wenn du nicht richtig versichert bist, kannst du eigentlich gar nicht ins Krankenhaus, weil du es dir nicht leisten kannst. Und das, finde ich, ist halt wirklich hammerhart. Und da sind die Zustände bei uns deutlich besser. Und dafür sollten wir auch jeden Tag dankbar sein. Absolut. Daniel Humm hat jetzt übrigens aus dem Eleven Madison eine Suppenküche gemacht. Also nicht nur die Urlaubung, sondern der hat die Mitarbeiter wieder zurückgeholt und jetzt wird für Obdachlose, glaube ich, gekauft. Ja, und das ist großartig, weil aber auch er hat einen Moment gebraucht, so ein großartiger Gastronom wie er, der nun wirklich auch unfassbar viele Konzepte auf höchstem Niveau hat. Die haben im Claridge's, glaube ich, schon vor ein paar Tagen damit angefangen. Und das ist genau das, was ich jetzt im nächsten Satz... In London, wir müssen immer ein bisschen erklären, worüber du sprichst. Ist dein neues Restaurant in London? Ist deinem Restaurant in London. Und da wollte ich halt anschließen. Also der hat erst mal zugemacht, hat dann gemerkt, okay, in der Woche, was machen die anderen? Was passiert so auf der Welt? Was kann ich machen? Und ich finde, das ist halt auch gar nicht schlecht. Wir haben auch eine Woche zu gehabt, haben allen Mitarbeitenden dann Urlaub gegeben, weil du brauchst einfach auch, um das zu durchdenken und nicht einfach was rauszuwichsen und zu sagen, hier, wir sind wir da. Und für uns war zum Beispiel auch ganz spannend, ich habe mit Willi Wagner in seiner ersten Woche, wo er geliefert hat, jeden Tag telefoniert und habe von ihm so ein Feedback gekriegt, was funktioniert, was nicht, wo sind die Umsätze. Da hat keiner irgendwie dem anderen was unterschlagen. Er sagt, ich mache, was ich will und das ist mein Geheimnis, sondern das ist halt auch was, was wir in Berlin erleben, das ist ein Miteinander. Du warst gerade zu sehen, Katharina. Katharina backt gerade. Wie du als Teilzeit-Österreicher ja auch kennst, Rheinling für Ostern. Sie trainiert schon für das große Backen-Promi-Ausgabe, oder was? Du, wenn das Geld in die Haushaltskasse bringt, dann wird alles genommen. Es gab hier eine ganz interessante Frage von Kai Baumgart. Wäre der Lieferservice nicht ein Konzept für später, für die Zeit nach der Krise, parallel zu all deinem? Nein, 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 nein. Also man muss ehrlicherweise sagen, nein, also bitte nicht. Wir werden es natürlich noch offen halten, solange die Krise nicht vorbei ist, solange nicht alle Öffnungszeiten wieder definiert sind. Aber das sind zwei völlig unterschiedliche Ansätze zu kochen, zu machen. Wir haben gar nicht den Platz dafür. Wir haben drei Kühlhäuser, die sind in dem Moment, wo wir die Tüten und die Thermoboxen fertig haben. Wir haben heute, nur um mal so eine Zahl zu nennen, damit man sich das vorstellt, so eine Thermobox ist so groß wie ein schöner, ordentlicher Reisekoffer. Wir haben heute 51 Thermoboxen gehabt und haben die doppelt bestückt. Das heißt, wir haben 102 Thermoboxen rausgewichst und die musst du erst mal irgendwo reinkriegen. Also der nächste Gedanke ist natürlich, wir mieten uns einen Kühlanhänger. Nur wenn wir uns den Kühlanhänger mieten, sind die Margen beim Takeaway so gering, dann bleibt nichts übrig. Das heißt, du musst es auch in Etappen machen. Das ist halt das, was so wichtig ist, zu verstehen, wir richten nicht einmal alles an, sondern wir richten zuerst à la carte an, dann die Ostermenüs, dann die Morgenpostmenüs. Wir schicken das im Endeffekt, als hätten wir dreimal Service, damit wir zeitversetzt die Kühlkette halten und die Lieferfahrzeuge von uns oder die Auslieferkellner tatsächlich unterwegs sind. Und da möchte ich noch mal ganz kurz anklicken an das, was du vorhin gesagt hast. Das ist natürlich was, wo wir richtig gut jetzt sind, wo wir ein mega Feedback kriegen, dass unsere Kellner und Kellnerinnen ausfahren, weil die natürlich mit dem Gast kommunizieren können. Der Gast freut sich riesig. Also diese Dankbarkeit, die Billy erwähnt hat, die merken wir schon. Und das ist im Endeffekt, das ist der größte Lohn. Das ist einfach was, was motiviert. Und das ist in diesen Zeiten, glaube ich, enorm wichtig. Und deswegen finde ich es so gut, was zu machen. Wir haben zum Beispiel Max Stroh und Ilona besucht in ihrem Toulouse-Lautrec, auch mit dem Fernsehteam und haben uns das angeguckt. Und du merkst einfach, wenn du kochen darfst. Und das ist dann egal, ob es ein kleiner Teller mit Pikki-Pikki-Chiki-Chiki ist oder ob es halt einfach ein Topf ist mit 60 Liter Gulasch. Es ist einfach kochen. Du machst was. Und als Kellner halt, wenn du für den Gast da sein kannst, wenn der vor der Tür steht in der Schlange, du rausgehst und ab Nummer drei oder vier bleibt einfach einer der Kellner da und macht Smalltalk mit denen und sagt, hey, wir kommen schon, es kommt von unten hoch, jede Tüte ist einzeln gekühlt und so. Und wie geht es ihnen denn? Und dann kommen die ins Gespräch und dann sagt der, ich war gestern bei Lindenberg, da habe ich jetzt gesehen, sie haben doch gesagt, sie brauchen noch Basilikum, da gibt es noch Basilikum. Also die Leute haben dann einfach auch die Möglichkeit, trotz Abstand, trotz Hygieneregeln zu interagieren. Es gab noch eine Frage, die ist jetzt schon ein bisschen her, ob sich dieser Take-Away überhaupt lohnt, weil normalerweise habt ihr ja die größte Marge auf Getränke. Also gibt es Wein beim Take-Away? Ja, also wir bieten Wein an, aber ehrlicherweise ist das im Verhältnis zum Essen relativ gering. Also könnte besser sein. Dementsprechend sprechen wir halt von sehr, sehr geringen Margen, die wir machen. Aber wir machen was. Also wir machen Umsätze. Wir sind an den Tagen von Montag bis Donnerstag haben wir so 30, 25 bis 30 Prozent des Umsatzes von normal. Und jetzt am Freitag und Samstag sind wir so bei 80 Prozent von normal. Nicht schlecht. Also wenn ihr euch da irgendwie konsolidieren könnt dazwischen. Ich meine, was wäre denn auch die Alternative? Sich der Lähmung anheim geben und zu viel saufen zu Hause? Das geht ja nicht. Du musst ja auch nach vorne schauen. Du hast eine Verantwortung deinen Mitarbeitern gegenüber. Und ich finde, du machst genau das Richtige. Wie viele übrigens in Berlin? Also die Verantwortung tragen wir alle. Wir tragen sie unterschiedlich. Ich finde auch nicht, dass man jetzt irgendjemandem einen Vorwurf zu machen hat. Also wenn du zum Beispiel irgendwo angestellt bist als Küchenchef. Auf keinen Fall. Und dein Hotelier muss die Bude zumachen. Dann ist das so. Dann kannst du nichts machen. Dann kannst du halt auf Instagram kochen. Das habe ich zum Beispiel für mich komplett erledigt. und habe gesagt, das ist einfach nicht meins. Das will ich auch nicht. Ja, vor allen Dingen wann? Bitte? Vor allen Dingen wann? Ja, davon mal ganz abgesehen. Aber das bin ich einfach nicht. Und ich finde halt, wenn du die Möglichkeit hast, dann guck, was du machen kannst. Und es geht halt auch nicht darum, nur starr auf deinem Programm zu beharren. Also ich habe jetzt durch Berlin, war aber auch so ein Zeug, die sind auch relativ ordentlich bewertet. Mrs. Robinson heißt das Restaurant. Die kochen normal, auch wirklich ambitioniert und gut. Und die machen jetzt Sandwiches. So aus japanischem Brot, Sandwiches. Und ich höre überall nur, du musst das Eier-Sandwich von denen essen. Das ist so wahnsinnig geil. Es lohnt sich da hinzufahren und das Eier-Sandwich zu essen. Und auch das ist natürlich eine Möglichkeit, dass du etwas kreierst, was es vorher nicht gab und was dann einen Hype im Endeffekt dir gibt, dass die Gäste zu dir kommen. Ja, es ist schon faszinierend, wie schnell sich, nicht alle, aber wie schnell sich einige Leute assimilieren können an die Situation und das Beste daraus machen. Wir haben hier noch einen sehr, sehr schönen Kommentar von Lars. Das kann ich nicht lesen. Krass, wie schnell du sprichst, ergo schnell denkst, weil kein Quatsch rauskommt. Gut, das war auch mal anders. Holst du mitunter auch durch den Poluft, ist die Frage. Das weiß ich nicht, aber nein, das ist exit only. Ja, es ist mit Sicherheit eine meiner Fähigkeiten, dass ich genug Energie und Kraft habe, um tatsächlich was zu stemmen. Aber wie gesagt, nochmal, auch in meinem Fall, ich bin nicht so optimistisch gewesen, wie du, der gesagt hat, wenn einer irgendwie, dann Tim Rauhe macht da was. so ist das nicht. Also ich stehe da auch morgens auf und denke mir, schlag die Hände über den Kopf und denke mir, was für eine verfickte Scheiße, Alter. Warum kann dieses Leben, was wir uns so hart erarbeitet haben, die Gäste bekommen, die ganzen Auszeichnungen, warum kann das nicht einfach bitte weitergehen? Das ist doch großartig. Was für eine Scheiße. Und es gibt keinen großartigen Schuldigen in der Sache, außer vielleicht die Wet Markets und den Umgang mit Life Feed, aber du kannst keine einzelnen Personen hinzuziehen und sagen, okay, I blame you. Nein. Und da gibt es dann auch unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt ja auch im Moment genug Frustration auf diesem Planeten, die vor allen Dingen in den sozialen Medien großartig ausgelebt wird, wer alles Schuld ist und wer ein Wichser ist und wer Mist gebaut hat. Jeder, der schon mal in China im Wet Market war, der wundert sich jetzt nicht unbedingt darum, ich habe was ganz Lustiges auf WhatsApp gekriegt, ich glaube vor drei Tagen oder vier Tagen, diese Kommunikation zwischen einem Verkäufer der Fledermaus-Suppe im Wet Market in Wuhan, der sagt irgendwie so, also der Kunde sagt, ich hätte gerne eine Fledermaus-Suppe für Takeaway und der Verkäufer sagt, du, die brauchen noch drei, vier Minuten, bis die Fledermaus durch ist und dann sagt der Käufer zu ihm, ach komm, leck mich am Arsch, das wird schon nicht die Welt verändern, gib es mir. Schick mir es mal bitte. Im Endeffekt ist es, wir wissen nicht, ob es so gewesen ist, ich glaube, wir müssen uns einfach bewusst machen, dass ein paar Entwicklungen, die wir auch schön beiseite geschoben haben in den letzten Jahren, da nehme ich mich gar nicht mit aus. Ich habe ja auch Jahre gebraucht, bis ich mich mit Veganen, ey, mein Freund Stefan Strumbel ist gerade dabei, also ich gucke jetzt auch hier da drauf, was so für Gesicht... Ja, jetzt konzentrier dich mal wieder aufs Po atmen, weiter jetzt. Entschuldigung, dass wir sowas wie vegan beiseite geschoben haben. Ja, war ich auch ganz weit vorne, habe die Leute geblamed und habe gesagt, alle kleine Scheißer und so. Da hast du auch schon mal welche rausgeschmissen früher, kann das sein? Nein, aber wir haben ihnen nicht das Gefühl gegeben, dass wir sie als Gäste gerne hätten. Das ist ja schon hart genug. Und das ist ja auch was, was bei uns komplett eingeschlagen hat, von vegetarisch auf vegan. Aber jetzt zurück dazu, was wir halt alles an Scheiße bauen. Wir müssen uns halt einfach klar machen, dass die Art und Weise, wie wir mit Tieren zusammen leben, wie wir konsumieren, das funktioniert nicht mehr. Wir brauchen jetzt auch nicht mehr Greta Thunberg ans Bein zu pissen, dass sie uns zu viel ist, sondern uns muss einfach klar sein, wir haben es völlig überzogen in den letzten fünf bis zehn Jahren. Wir haben wie im verfickten Rausch gelebt. Wir sind geflogen, wir haben die Kohle rausgeknallt. Hörer, schneller, weiter. Wir haben uns Pullis, die in der Herstellung in Vietnam, also Hoodies, drei Euro kosten, gab es beim H&M für 20 Euro. Und wenn irgendeiner Jutschi oder Balancejager draufgeschrieben hat, hat das Scheißding 1500 gekostet. Wir haben Spannen kreiert, die noch nicht mal der Drogenhandel kennt. Und da muss man einfach klar sein, irgendwann, und das weiß jeder, der ein bisschen älter ist und der ein paar Erfahrungen gemacht hat, und da stimmt die alte Weisheit, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Bis er bricht. Und jetzt ist er gebrochen. Und wenn wir daraus jetzt nicht lernen, dann werden wir, und das hat der viel zitierte Virologe Dr. Drosten, Professor Dr. Drosten, eindeutig gesagt, es geht gar nicht darum, ob wir die nächste Epidemie und Pandemie schon erwarten können, sondern nur wann. Ja, exakt. Genau daran müssen wir uns messen lassen. Der kriegt übrigens 50 Heiratsanträge pro Tag. Also was früher Alexander Herrmann bekommen hat, bekommt Herr Drosten heute. So haben sich die Prioritäten bei den Frauen verendet. Zeig dich doch mal, bitte. Nein, also das mag sein und ich glaube, das ist ja auch nichts Negatives. Soweit ich weiß, Alexander Herrmann ist im Moment auch nicht so scharf auf Heiratsanträge. Also auf jeden Fall nicht seine Freundin. Und das ist glaube ich auch was, was wir uns klar machen müssen. Er hat aber auch zum Beispiel gemerkt, dass auf einmal eine Öffentlichkeit, also eine Person des öffentlichen Lebens zu sein, nicht nur Spaß macht. Ganz klar. Ja, hast du ja schon vor Jahren berichtet. Du warst gerade beim Krug, der so lange zum Brunnen geht, bis er bricht. Stichwort Krug. Du bist ein großer Krugfreund. Wir wurden jetzt paar Mal gefragt, was wir trinken. Also ich trinke Wasser, zwei Tage alkoholfrei, weil noch Sonntag wieder großes Teletrinken ist. Und Tim auch. Es sei denn das Wodka oder sowas. Kann ja auch alles sein. Tim, das war ein Problem, was an dieser Themenkomplex. Ich würde gerne nochmal auf deine TV-Aktivitäten zu sprechen kommen. Weil auch schon ein paar nachgefragt haben. Wie ist da der Status? Gefilmt wird wahrscheinlich nicht mehr viel. Was gibt es für Formate? Naja, also ich habe mit Melzer am Anfang der Woche jetzt gefilmt. Ich weiß, was ist heute für ein Tag? Irgendwie Ende der Woche, ne? Freitag? Freitag. Freitag ist heute, ja. Könnte man schon mal wissen. Ja, sorry. Ich bin Atheist. Ja, ich auch. Ich bin Agnostiker. Das ist noch schlimmer. Ja, allerdings. Wir haben am Montag und Dienstag was Neues für Kitchen Impossible versucht. Wir haben halt einfach so diese Nummer, weil wir halt tatsächlich nicht reisen können. Dafür gibt es auch keine Ausnahmegenehmigung. Wir haben uns hingesetzt und haben drei Folgen jetzt gedreht. Die 25 lustigsten Kitchen Impossible Momente, die 25 emotionalsten und die 25 größten Ausraster. und haben das noch mal kommentiert. Das ist natürlich im Endeffekt Konservenfilm. Ja. Aber das Fernsehen braucht auf jeden Fall was, was es senden kann. Vox zum Beispiel hat uns mit Ready to Beef mit der zweiten Staffel auf TV Now oder hat uns an TV Now verkauft, weil sie halt gedacht haben, das ist so für die jüngere Klientel und tralala. Ich glaube, da geht es darum, dass das wirklich ins lineare Fernsehen zurückkommt. Die nächste Staffel, The Taste, steht vor der Produktion, ist verschoben worden. Ja. Dass wir das im Sommer machen können. Ich glaube auch, dass das ein wichtiger Faktor ist. Also die Leute gucken natürlich im Moment auch viel Fernsehen und können sich damit ablenken. Das wird aber, oder Fernsehen ist für mich ja nur ein Zubrot. Also Fernsehen habe ich nicht, habe ich jetzt nicht in meinem Leben verankert. Wenn es das gibt, ist es schön und wenn nicht, dann ist es weg. Das Wichtigste ist das Restaurant zum Raue und weil das auch die Basis für alle anderen kulinarischen Konzepte ist, weil da die Menschen herkommen, die dann die anderen Restaurants führen, die die Philosophie aufgesaugt haben und die auch das kulinarische Verständnis haben. Wir können hier gleich noch mal anknüpfen, bei den größten Ausrastern dürfte auch Tims Ausraster in Marokko dabei sein, schreibt Lafie 4373. Was ist da passiert? Ich bin da nicht, ich schaue das leider nicht. Ich schaue es nicht. Naja, in Marokko musste ich auf so einem ganz riesigen Markt in Marrakesch kochen. Da hast du eine Butze neben der nächsten und du warst ja schon bei mir in der Küche, du weißt ja, einer der schönsten Momente für mich ist Stille. Und auf diesem Markt ist halt, jeder Marktstand hat fast die gleichen Gerichte dann laufen tausende von Gästen da durch und wenn sich ein Gast in einem der Marktstände hinsetzt, haben die alle so einen kurzen Jingle, den sie spielen. Irgendeinen Song, der sehr beliebt ist. Und dann alle, die an dem Stand schon sitzen und essen, alle, die da kochen und bedienen, singen diesen Song für 20, 25 Sekunden und sind am klatschen und am feiern. Und ich stand halt schon mal da, um mich herum, so vier, fünf Stände, die wirklich Ramba Zamba gemacht haben. Ich war schon, also bevor irgendwie was mir kommt, war ich schon schwerst genervt. Und ich hatte einen Stand von einer Dame, Fatma hieß die, glaube ich, die ganz, ganz toll gekocht hat. Und zwar hat die so ein Lamm geschmortes gemacht von der Haxe und hat das in Stöfchen auf Holzkohle geschmort. Ist gekommen, wie es kommen musste. Ich habe die scheiß Holzkohle nicht zum Feuern, zum Anfeuern gekriegt. Um mich herum ständig Ramba Zamba. Dann gab es deutsche Touristen, die mich erkannt hat, die hinkamen, ah, Foto machen. Und irgendwann ist einfach dermaßen der Kragen geschwollen. Und die war ganz, ganz lieb, die konnte nichts dafür. Und ich habe halt irgendwann ein paar fickte Scheiße und habe mit der Faust einfach auf den Scheiß gestaunt. Und da habe dann gesagt, ich höre jetzt hier auf, ich breche ab, so ein Dreck. Und das geht nicht, ich kann damit nicht kochen. Und bin dann einfach um die Ecke zu so einem kleinen Laden, wo man Töpfe kaufen konnte. Da habe ich mal die einzelnen Stöfchen dann leer gemacht, habe das in einem großen Topf geschmort, dann wieder in die Stöfchen gefüllt und serviert. Und Meta Hildebrandt hat bis heute ein Traumata, weil sie gesagt hat, das ist gegen die Regeln, das ist gegen die Regeln und ich habe damit gewonnen. Das ist die Schweizerin, oder? Ja. Ja, okay. Also, demnächst nochmal drei Folgen von Kitchen Impossible, allerdings nur mit Kommentaren. Das Lustigste, das Emotionalste und was war das Dritte? Emotionalste, Größe, Ausraste, das lustigste Ding aus. Ausraste. Unbedingt anschauen. Aber das Wichtigste, das Wichtigste ist für die, die in Berlin leben, www.timraue.com, wenn man da drauf geht, kommt man auf fucking great und kann sich großartiges, wahnsinnig geiles, intensives Essen bestellen, was Spaß macht am Kommen. Und tolle Weine. Wenn du richtig smart gewesen wärst, hättest du es spiegelverkehrt aufgedruckt, dann hätte es auch jeder lesen können. Und da sieht man wieder, ich bin nicht perfekt, meine technischen Wege. Gott sei Dank, das macht dich menschlich. Tim, herzlichen Dank. Nee, es ist spiegelverkehrt. Aber man kann schon lesen. Also das Gehirn stellt sich ja nach sechs bis sieben Tagen um, wenn es alles spiegelverkehrt liest. Tim, in diesem Sinne, vielen herzlichen Dank für die offenen Worte. Das war sehr kurzweilig. Wir hatten unfassbar viel Zuschauer. Ich glaube, du hast Alexander Herrmann sogar geschlagen. Müssen wir gleich mal schauen bei der Gesamtanzahl. Wir hoffen beide, ich glaube, da spreche ich auch für dich, dass ihr wundervollen Menschen dort draußen weiterhin gesund bleibt, gut durch die Krise kommt. Ab und zu nicht zu oft ein gutes Blaser Wein trinkt. Nicht immer eure Frauen backen lasst, sondern das auch ab und zu mal selber macht und kümmert euch um eure Lieben. Wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr, gleiche Stelle, gleiche Welle. Allerdings hat Thomas Dorfer gerade um eine Verschiebung gebeten. Das heißt, ich muss einen Ersatzmann für morgen rekrutieren. Sascha Stemberg, du warst auch drin, vielleicht können wir es morgen machen. Merci beaucoup und bleib gesund. Ich habe mich zu bedanken und kann Sascha nur motivieren, weil der ja im Endeffekt auch mit seinem Papa ein sehr flexibles Konzept hat, wo sie unterschiedliche kulinarische Welten in einer Küche, in einem Restaurant zusammenführen. Und sowas hilft natürlich im Moment. Ich kann nur allen, die Gastronomen sind, wirklich ans Herz legen, wagt was. Der Mutige, der wagt was, macht was, kann an die Wand fahren, ist im Moment sowieso vollkommen in der Ecke, aber bevor er in der Ecke hängt, steht auf, geht raus, zeigt euch, dafür sind wir Köche und Kellner und Kellnerinnen da. Schöne Worte. Tschüss. Einen wunderschönen Abend. Ciao.